So Freunde, bald ist natürlich Weihnachten und natürlich, das war es für euch Minion-Fans. Und zwar, wie vorgestellt, haben wir einmal die Minion-Transformationskammer. Wenn ihr den Film geschaut habt, wenn ihr das müsst, dann wisst ihr, was jetzt passiert, ja? Und zwar haben wir einmal Jerry und sein Stein. Und die kommen hier rein. Wisst ihr, was passiert, wenn Jerry und Stein so haben, in der Transformationskammer. Oh, BAM! Und dann kommt Jerry 2.0 raus, als Mega-Minion. Also Leute, was haben wir? Jede Minion Minifiguren von Moose Toys. Da gibt es einiges, was man sammeln kann. Schaut mal hier. Also extra Figuren mit Geräuschen. Und wenn ihr den durch die Minifiguren habt. Ein absolutes Moose. Die Action-Figur. Alle mit Funktionen. Ja, und, 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 und. Genau, und jetzt beim Mega-Minion, bei Jerry. Zeig mal, was Jerry macht. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Boooo! Das geschieht ja nicht. Einmal vor die Kamera, einmal vor die Kamera. Oh! Das sehen wir noch. Das sehen wir noch. Also, Leute. Also jede Menge Spaß von Minions, von Moose Toys. Genau. Wenn ihr was für Weihnachten braucht, egal für Groß oder für Klein, für jeden, gibt es hier was von Minions, von Moose Toys. Für euch. Yeah! Das sehen wir noch. Euer Skoi der Isao. I hall sie实 listen. da